zum glück habe ich meine noch nicht gestartet ach melvin ja er konnte sein nicht mehr kaputt machen melvin ja wen würdest du eher nehmen nova oder elsa was uff nix uff sondern doof nofa oder elsa ach ist schon wieder fragerunde wir haben beide ihre marken tja komm du musst aber eine antwort sagen ja ja hätte ich wirklich die entscheidung würde ich dann halt okay sara wenn du die aufnahme siehst du hast es gerade live miterlebt melvin würde nova nehmen es ist alles fehlens kinderraten kindern meinen augen so wie die sich benehmen ja so wie sie sich benehmen daco hat ja eine freundin daco würdest du deiner freundin eher eine halskette oder ein fußkettchen schenken keine schwere entscheidung weil sie halsketten über alles liebt also ja ihr könnt mich im übrigen auch fragen so ist es nicht überlegen lieber ein treffen mit mir oder ein treffen mit kinder garten jetzt können wir beddie ist nicht da und jetzt können wir zu steamy ich habe eine große wohnung also ich krieg dich in eben zimmer und dann zur not ich habe immer noch den keller die kinder rein als melvin das kann ja das kann sogar manchmal passieren also wenn du es mir da nicht einrichtet so die zimmer die äh im keller nö da ist ein bolly wagen ja cool kann ich mich reinlegen rein setzen ja meine tochter kann sich nicht mal mehr reinlegen ok auch jetzt kann ich nicht wieder sehen wo ich landen ah naja ich nehme das bürogebäude hier da fliegt eh jeder hin hab ich mir meine schulter verrenkt oder so oder was ist das schulter tut ihm jetzt weh da springe ich nicht rein aua ah was solls melvin bist du ein kerl oder ein mädchen ja dann hör auf rumzäulen oh schmiert nachgelassen ey ernsthaft nur dreckswaffen hier oh goldene pump willst du dich verarschen du hund mary kann mit einer goldene pump halt nicht mal umgehen doch was haltst du dago sieht man ja ich hab das ich hab das ich hab das und verrext ich meine letzte runde gemerkt hast ne letzte runde hatte ich auch keinen goldene pump ähhhh du bist trotzdem als erstes gestorben oh oh das oh hier so ein grünes waffendingsbums mit dem ich ist überhaupt jemand gelandet mit dem ich gekillt wurde nö ne ich glaub nicht boah ist es auch hm hm was ist denn jetzt ähh die will ich nicht unbedingt haben die waffe danke dass du hier alles stibibst danke nach melvin bitte melvin hat die ganzen geschenke schon geöffnet oh goldene pump ähh da kann ich die mp weghauen die kommt dort hin ich hab so ne taktische pump jo ähh melvin hier falls du mitnehmen willst hm joa ich hab mal platz platzen hier war jemand im haus hat die kiste aber nicht gelootet interessant haben wir die aufgabe schon fertig ja melvin hat sie fertig gemacht oh da liegen noch minis rum einer wow oh maven ist gleich wieder der erste der tot ist vor allem wo hey ich hab ihn auch getroffen ja ich hab ihn genockt ach du musst doch nicht gleich anfangen zu weinen deswegen oh fuck off da sind ein paar die sind jetzt hier bei mir wie sind die da so schnell hingekommen die sind ja langgerannt die waren hier unten die bauen hier unten ab wieder eine pistol weiter was war das gerade für ein leck ja bei mir auch gibt es auch ein bisschen wir sollten vielleicht mal ein bisschen vorwärts ja die blaue ding da hätte ich gerne da habe ich den blau die mp lasse ich liegen die brauche ich nicht die nehme ich aber mit und dann macht das wir müssen gar nicht mehr aber ich gute noch hier unterwegs ein bisschen was ich habe 22 pump munition bloß aber ich habe halt eine goldene ich habe nur ein paar muni und ich habe nur blaue und ne libra ne oh der hat mich nur lang geschossen weißt du ja der ist noch ein steamy ihr macht das schon oder ich bin hinter dir ike oh melvin ist neben mir doch hinter mir ne warte mal hier ist noch ein biggie falls jemand platz hat na ich muss ihn saufen dann mach das ich warte auf so einen truck aber ich bloß noch 25 brauche hier ist ein truck oder mal hier ach schade toll da hätte ich ihn nicht saufen trinken oder trinken müssen den biggie egal das ist auch so wieder so typisch level 19 er bringt ein level 223 um so eingebaut sicher auch wenn die seiten teile fehlen ich würde sagen nicht ansatzweise sicher eingebaut egal also dort gibt es auch noch ordentlich kisten und sehe ich richtig dass dein geschenk liegt nein ich brauche ein geschenk goldene salven will ich nicht nehmt euch ähm melville brauchst du den noch hätt ich platz ja dann macht ihr platz du brauchst den will mir eine schneeball werfen äh schneeballkanone ja nehm ich dann markierst du ne ich hab den gerade im inventar deswegen achso warum hast denn einer ok da kannst du jetzt beim nächsten mal gruppenhilfe anmachen mit den äh geschenken äh will noch jemand ein goldenes salvensturmgewehr ach ähm ja gut da du die halbe sogar hast nehm ich die medis nicht mehr mit ja da ist nix bei eik das kann eik das generell nicht mehr looten der findet nur noch geschenkt und dann gibt er uns die nicht ab halt doch ich hab von ihm das salven oh das blaue nehm ich danke ich würde sagen wir nehmen schon mal den bus zur zone weil die liegt jetzt doch schon ein bisschen weiter weg vielleicht kriegt man ja unterwegs den airdrop noch wir sind nicht in arg das ist trotzdem ein airdrop er kommt aus der luft nehm na gut von wo auch immer doch einfach melden ey ich hinterf- man muss auch hinterfragen ich hab von diesem scheiß schnee meine angst ja ich weiß irgendwann ja ich weiß irgendwann fußball piu und du oh xp dingsbumms kugel hier vorn ne lila pistol will ich noch hab ich schon minis habe ich voll du hast eine ep-münze gefunden ich hole mir sie jetzt auch und der airdrop ist noch da noch wo ist die münze dort auf diesen hier sieht nicht jeder nein doch sarah die auch immer gesehen und die hat auch keinen season pass da oben wo ich markiert hatte bei dem stein ja gut da ist aber dann keine dann kann es vielleicht auch sein dass du die schon mal irgendwann eingesammelt hattest die ist jede runde nein die sind nicht jede runde wenn du eine eingesammelt hat taucht die für dich dann nicht mehr auf es gibt aber auf der map sehr viele verteilt und die macht halt unten an der anzeige so in so kompletten beiden voll hier habe ich schon wer will ich ich brauche eine ich habe nämlich nur eine graue mein eispopel was denn eispopel geschenkt das ist so kacke wie geht das wie schafft der typ das jetzt habe ich in den ganzen aufnahmen eine ein geschenk gefunden 1 vor allem das lag ja einfach so rum ja du rätst halt immer nach vorne oder vor hier ist noch und ich bin voll hier ist noch ein bg drin da falls jemand platz hat ja nämlich mit habe ich ein basketball pio weggeschossen so wenn ich jetzt noch ein geschenk finde schade schade dann hätte daco das offen machen hier ist ein ball runtergefallen oh danke für den kill ja aber nur ein blaues sniper ja war nur der eine wahrscheinlich ein bot vielleicht war das der teammate von den anderen dreien die ihr schon gekillt habt lasst uns mal hoch zum haus gehen ich habe ein gutes gefühl dass ich da ein pl geschenk finde das haus liegt außer der zone das ist mir doch scheiße wir machen einfach pläsen wer das ja es sieht noch ungelootet aus wie kommt das sieht so aus da hinten fehlt ein ganzes haus das sehe ich schon aber das haus da sieht ungelootet aus das hier vorne da liegen nämlich items im garten aber die tür ist offen das ist gelootet da hinten ist auch aufgebaut die kam also von der anderen seite das sieht ungelootet aus das sieht ungelootet aus aber das hier hier ist noch eine kiste drin ich habe eine pinata eine pinata ich habe ihm fast eine glatze geschossen eine halbglatze und der arme kerl habe ein so wieder nur einer ich höre jedoch noch eine kiste will ich offen weil ich den penata öffne und das dauert ja ewig kann jemand noch ein bg mitnehmen naja ich bin voll ich habe auch schon uns fehlt halt der vierte mann alles benny seine schuld ja ich habe was heißes unter dem arsch gespürt man schießt mich ab ja ja und rennt weg was ein feiger ruhig doch du versteckst dich im tor ich kann gerade weg von denen aber leute wir sind eingekesselt oh kiste das lila salvengewehr ernsthaft legt mir am zügelin leute könntet ihr mal bauen leute wir haben hier ein paar gegner probleme das wisst ihr ja ich baue mich gerade aus dem haus raus damit ich schießen kann leute die hat kein schild mehr abend äh zone aber so dass wir noch weg dann können neben uns ist einer das ist ein baum ach der ist hier im haus da war ein faust oder ich wollte gerade sagen der kann nicht viel haben da ist noch so ein blaues salvenpumpgarten gedöhnt das ging etwas schnell ich komme nicht mal mit dem maustrad scrollen hinterher so ne kacke ach Melvin ich komme zu dir kuscheln das sind Leute die so bauen eigentlich hättest jetzt sara nicht verloren damit ne ich spiele ja nicht um sara stimmt die hast du eh schon verloren vor der ersten aufnahme dann 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017